Ja, willkommen zum neuen Video. Diesmal geht es um einen Homepage-Baukasten von Wibli. Das Besondere hierbei ist, es gibt extra für den Bildungsbereich eine Education-Version. Und dieses Video, das richtet sich eigentlich in erster Linie erstmal an die Kollegen, um zu zeigen, wie man hier Klassen anlegen kann. Und in den weiteren Videos erkläre ich dann, wie man eine Homepage mit Wibli erstellen kann. So, ich habe mich jetzt hier angemeldet. Ich bin gleich in den Bereich Meine Schüler gegangen. Hier sind die verschiedenen Klassen aufgelistet. Wenn man praktisch eine neue Klasse haben möchte, dann klickt man hier auf Add Class. Hier kann man einen Namen für die Klasse vergeben. Mal Versuch 2. Hier kann man auch eine Jahrgangsstufe einstellen. Mal 8. Klasse. Und hier kann man entscheiden, soll die Klasse oder die Webseiten dieser Klasse öffentlich erreichbar sein. Oder sollen sie auf Privat gestellt sein. Und dann kommt man praktisch nur rein, wenn man hier praktisch zuerst ein Passwort eingibt. So, wenn man das hier entsprechend eingegeben hat, man sieht hier oben übrigens noch, hier sind insgesamt in dem Account 17 Schüler jetzt angemeldet von 40. Wenn man mehr als 40 haben möchte, dann muss man praktisch Platz dazu kaufen. Ansonsten muss man schauen, dass man mit 40 Plätzen auskommt. Okay. Dann sage ich mal Create Class. Jetzt habe ich also eine Klasse angelegt. Versuch 2 in dem Fall. Und jetzt kann ich hier anfangen, entsprechend die Namen einzugeben. Also, Vorname, Nachname. Und jetzt wird es interessant, wenn ich ins nächste Feld springe, dann macht der automatisch aus dem Vor- und den Nachnamen ein Username. Und das Passwort, das muss ich noch einmal extra vergeben. Am besten leichtes wählen. Das muss ich nicht vertippen kann. Und wenn ich das habe, sage ich Add. Und dann habe ich hier praktisch meinen ersten Schüler angelegt. Machen wir noch einen. So, mal schauen, was er aus dem Ü macht. Ich klicke mal hier rein. Das wirft er gleich raus. Also, M-M-L-L-I-R. Und dann eine entsprechende Nummer und das Passwort. Das muss ich wieder vergeben. So, Add. Dann haben wir jetzt schon zwei Schüler. Und diese Liste, die kann man auch entsprechend ausdrucken, sodass man sie dabei hat und den Schüler geben. Hier steht dann praktisch der Accountname drauf und das Passwort. Und kann man sich dann entsprechend zurechtschneiden. So, also, das ist der Bereich für den Lehrer. Und jetzt schauen wir uns den Schülerbereich mal an. Und dann sehen wir uns den Schüler球 und der Spieler. Und dann habe ich den Schülerberger kindergarten davon. Und dann schauen wir uns den Film,